Ihr kennt bestimmt das Video, wo der Typ die Augen verbunden bekommt und dann geprankt wird, dass er von irgendeiner oberen Plattform springt, aber dann ins Wasser springt. Ja, ja! Das haben wir jetzt mit Revi versucht und ich hätte ja nicht gedacht, dass das geklappt hat. Ey Leute, ich hasse sowas, wirklich. Ja, ich weiß, aber im Endeffekt war es deine Idee. Es war nicht meine Idee. Schlimmer werden als das Reporting-Klasse. Nein, das geht nicht. Jaul, Mann, ist es wirklich... Ach Leute, das ist mir jetzt echt zu stressig, Alter. Mach Kamera, ja. Ähm, wir fahren gleich los, könntest du mir auf den Start noch tippen? Tobi, was machen die bis auf den Kopf oder einer Beine? Hey, wir sind jetzt wirklich bereit. Der Mann auf der Insel da oben hat ganz blöse gebrüßt und gesagt, wir treuers. Du wirst den Dreh blind und taub erleben. Nein, also bis zu... Was passiert denn jetzt hier, Alter? Marius? Hoch ist... ja. Werden wir die Augen auch noch verbunden? Ja, ja. Ach, Mann. Neck. Ja, mach schnell. Siehst du was? Nein. Wer sieht nichts? Digga, Junge. Bro, ich will nichts. Bastian, hörst du uns? Ja. Ich boxe sofort zu die Eier und gucke, ob er was sieht, oder? Ja. Es geht los, Sebastian. Ja, mach mal Musik ganz laut jetzt, mir reicht's. So, jetzt hör ich gar nichts mehr. Hallo. Ja? Echt? Sebastian? Ja? Wir fahren jetzt ein bisschen. Wie lange? Ja, 15 Minuten. Wohin denn? Außerhalb. Wir hoffen, die wird nicht schlecht. Kannst du die Musik wieder anmachen? Kannst du kurz liebe Grüße an das Team? Einfach an das Team, wir blenden die dann ein und sagen. Liebe Grüße an das Team. Was? Sag, du freust dich. Was? Du freust dich. Du freust dich drauf. Auf was denn? Du freust dich drauf. Auf was soll ich mich denn freuen? Du siehst es doch dann. Ich freue mich drauf. Nee, er sieht's nicht. Ich fühlst es dann. Was? Digga, wenn ich jetzt in den Arsch... Oder so... Geht's ihm gut? Weil er guckt ja komisch. Was? Geht's ihm gut? Alles super. Was? Sag, wenn dir übel ist. Wisst ihr? Ja! Ja, irgendwie fühlst du das. Mal kurz Musik aufpassen und fragen, ob du Angst hast. Bastian? Ja? Hast du Angst? Nein. Darfst du auch nicht haben. Ich weiß, wo wir gerade sind. Wo denn? Wir sind gerade über die Brücke gefahren. Ich hab mir den Weg gemerkt. Ich hab das gespürt. Nee, du hast die übel gemerkt. Ja, aber deine Nähe müssen auch hin. Wir sind jetzt auf der anderen Rheinseite. Ja. Ich bin echt gut in sowas. Ich merke mir gerade den Weg. Ihr könnt es nicht verhindern. Kannst du ja ruhig wissen, den Weg. Ja, warum? Warum? Sind da meine Augen verbunden? Hä? Die Augen werden auch nicht abgebunden. Wie? Die werden nicht abgebunden. Es bleibt so. Und Musik weiter. Was bleibt so? Seid ihr blöd? Es ist Videoidee, wenn man nichts sieht. Digga, wenn wir jetzt nur in die Waschstraße oder sowas fahren, f*** ich. Nee, ich weiß. Zum Beispiel, gerade hab ich mich unterhalten. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ja, da hinten sind die schon, ne? Digga, nee. Buder, what the f***. Holy shit. Wow. Ey, wir sind doch schon viel länger als eine Viertelstunde unterwegs. Nichts. Oder nichts mehr hörst. Was? Was sagst du? Psch, ganz kurz. Okay. Wenn du was siehst oder nichts mehr hörst, dann sagst du es, ohne dass deine Musik aus ist. Ja. Och Mann. Hallo. Bleibt mal bitte einer hier. Bleibt mal bitte einer hier. Ey. Komm. Ey, bleib mal kurz hier. Was machen wir jetzt? Es ist so stressig gerade. Es ist so endlos stressig gerade. Ey, jetzt mal ehrlich. Ich hab da wirklich keinen Bock drauf. Können wir einfach zurück in die Halle fahren? Vorsicht. Vorsicht. Hallo. Hi. Danke, dass es geklappt hat. Ey, bleib mal hier. Kathi, das bist du, oder? Hallo? Ja. Digga, warum ist der Boden hier so schmutzig? Jetzt bist du auf dem heißen Weg. Sei mal kurz leise. Wind läuft. Was willst du machen? Seid ihr schon da? Seid ihr blöde? Was ist da, Junge? Ey, jetzt mal ehrlich, bitte. Geh mal nicht so schnell. Ich fall sonst hin. 100 Metern sind die da? 100 Metern sind die da? Was soll das? Ey, jetzt mal unter uns gesagt. Ich fühle mich gerade wirklich massiv unwohl. Mann, ich trete die ganze in irgendeine Scheiße rein, Alter. Ich habe weiße Schuhe an. Wir müssen jetzt kurz zu dem Spot. Was für ein Spot? Bitte einfach festhalten und nicht hinfallen. Digga, was passiert denn hier? Halt dich einfach an. Geht es hier runter? Mein Gott, wenn ich hinfalle, ich bin so sauer. Hier festhalten. Halt dich doch fest, halt dich doch fest. Okay, du musst jetzt aufpassen. Was? Aber jetzt, du darfst nicht mehr ohne uns weggehen. Was darf? Ich verstehe nichts. Warte mal, warte mal. Die Musik ist an. Okay, du gehst jetzt nicht mehr ohne uns und oder du hältst dich irgendwo fest. Also du gehst nicht mehr frei rum und lässt dich nicht mehr frei stehen oder so. Ich bin gerade dagegen gelaufen. Ja? Na wo dagegen? Ja, hier. Ja, alles gut. Das hat übertrieben weh. Okay, wir müssen jetzt ganz kurz eine Story machen. Was ist eine Story? Ja, wir kriegen ja hier was gerade. Was kriegt ihr? Wir kriegen was. Was kriegt ihr? Wie heißt ihr? Alnatura? Ja, Alnatura. Grüßt du jetzt. Okay, warte, ich kläre das kurz und dann machen wir. Sind hier noch andere Leute außer wir? Ja. Oh, wie unangenehm, Digga. Wo bin ich? Boah, das hört sich an. Digga. Okay, warte kurz. Digga, wir lassen jetzt einfach hier stehen. Und dann gehen wir kurz weg und dann steht der Darding so farb. Also hier sind Seile zum Festmachen. Es kommt jetzt gleich jemand. Äh, es kommt nicht. Der macht was an dir und dann... Oder ich kann auch hier bleiben. Bro, nicht weggehen. Alles gut, ich bin hier. Nicht weggehen. Was soll das? Nein, ich... Nein, hallo. Tobi? Hat er eine Kette oder so noch? Ey, Leute. Digga, ist das jetzt so was für Seven vs. Wild? Nein, ganz anders. Muss ich jetzt überleben? Nein, das ist schon weg. Okay, wir müssen Nahrung suchen. Ey, wir brauchen... Was? Was ist da? Ist da Scheiße? Bleib jetzt kurz stehen. WTF? Hallo? Hallo? Ey, 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 nicht cool. Was ist das? Was ist das? Ey, ich hab noch mein Handy in der Tasche. Tobi, deins auch noch, ne? Was ist das hier? Bro, was ist das? Das ist wichtig. Nicht dran spielen. Was ist denn das? Ey, wenn ihr mich irgendwo hochziehen wollt damit... Ich werde danach keine Kinder mehr bekommen, ne? Das ist nicht sicher. Das machen die impotent oder so. Hallo? Oh Mann, Alter. Ey, ich hab noch Sachen hier in der Tasche, ne? Ja, die kommen raus. Ey, Alex, geh mal dran. Alex? Tobi? Ja? Der Kopfhörer ist hier noch dran. Ja, ist gut. Den kannst du hier dran lassen. Mach mal raus. Das ist so unangenehm. Kann ich dir das geben? Ey, Alex, check noch einmal durch. Tobi? Ja? Danke. Wer ist Alex? Haben wir was? Sebastian, wie fühlst du dich? Wer ist denn da? Wie fühlst du dich? Ja, beschissen, weil ich nicht weiß, was los ist. Okay, hab ich nicht gesagt, was du machen musst? Nein. Wer ist denn dein Name? Wo sind wir denn? Alex. Wer ist Alex? Sebastian. Ja? Ich hör dich leider nicht. Ich bin der Alex. Ah, du bist der Alex. Cool. Sie sagen immer deinen Namen hier. Was geht? Alex, guck mal hin. Digga, wo sind wir hier, Bro? So. Das hier ist voll locker. Ist das normal? Die Jungs, bring dich jetzt gleich auf eine kleine Plattform. Auf eine was? Die Jungs, bring dich jetzt gleich auf eine kleine Plattform. Aha. Und da weißt du sie sehen und du bewegst dich nicht von selber. Och, Dicker, nee. Bein hoch, Bein hoch. Nein, nichts hoch. Ja, warte, du musst dich rauchen. Warte, locker, locker, warte. Oh, pass auf, pass auf. Hey, Vorsicht, 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 Vorsicht. Töch, Töch, Töch. Vorsichtig, Vorsichtig. So, winkel dein Bein an, nimm dein Bein hoch, dein rechtes. Nein, noch nicht. Vorsicht, stopp, stopp, stopp. Hey, what the f***? Hey, Leute. Rechtes Bein hoch, rechtes Bein hoch. Was? Rechtes Bein hoch, ganz hoch, 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 hoch. Ja, ja. Ja. Nee, das Wackeln übertrieben. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Anderes auch. Nicht so weit. Hey, nee, ich geh da nicht hoch. Anderes auch. Ich seh doch, ich seh doch. Vorsicht, 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 Vorsicht. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hey, Leute, bitte. Hey, jetzt mal ehrlich. Können wir kurz, ganz kurz drüber reden, dass das... Ja? Ja? Ich steh unter dir. Was? Du machst jetzt keinen Schritt mehr voraus. Ich steh unter dir. Bitte uns nicht mehr bewegen. Was? Alex? Die Jungs sichern dich. Ich bitte dich jetzt, wenn du gleich springst. Was? Tue ich? Wenn du gleich springst. Ich spring hier nirgendwo. Bitte. Nein, 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 nein. Ich spring hier nirgendwo runter. Ich seh doch gar... Nach vorne springe. Was? Nach vorne? Wir sind am Ilerhafen und unter dir geht es 20 Meter runter. Halt's Maul, wirklich jetzt? Ich bitte dich jetzt noch einmal, nicht springen, nicht fallen, springen, sondern stehen. Hä? Ey, du hast doch schon mal das Vodafone-Ding gemacht. Ja. Ja, so ungefähr. Also, Sebastian. Ja. Du gibst Hendrik gleich das Zeichen, sobald du bereit bist. Ich weiß doch gar nicht, was ich machen muss. Du legst deinen Daumen nach oben, Hendrik gibt das Go und du springst mit dem Stehen runter. Nein, das ist... Ich weiß doch gar nicht, wo wir sind. Ey, mein Gott, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, das ist überhaupt nicht cool, Mann. Das ist überhaupt nicht cool von euch. Was, ja? Was? Wir müssen jetzt kurz die Story drehen. Was für eine Story, Bro? Für die Jungs. Für welche Jungs? Das sagen wir dir nachher. Vorsichtig. Grüß High-Rise-Cologne. Wen? High-Rise-Cologne. Ey, ich schwör, kann ich bitte das Ding abnehmen? Nein. Ich kriege Panik, Alter, ehrlich jetzt. Ja, gut, so ist gut. Bleib still, stillbleiben, stillbleiben, stillbleiben. Hendrik hält sich jetzt noch kurz. Kathi, du gehst kurz weg. Ja. Hendrik, sieh mal nicht. Ey, Leute, bitte. Grüß kurz High-Rise-Cologne. Was? Ich grüße High-Rise-Cologne. Ich grüße High-Rise-Cologne. Kann ich wieder runtergehen? Nein! Ich hasse sowas. Ich mag sowas voll, aber nicht mit verbundenen Augen und so, bitte. Letztes runter, Alex. Alex. Drei. Drei. Alex. Du dumm. 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 Wer ist Alex? Ich war echt kein Alex. Wer war das an mir? Ich fragte. Digga, ich stand jetzt nicht gegangen auf diesem scheiß Wasserkasten. Digga, f*** mich doch nicht, Alter. Aber High-Rise-Cologne, danke. Ich hab die ganze Zeit überlegt, weil ich dachte so, hä, wie kann die neue Stimme von vorne kommen, wenn vor mir nichts ist. Das war das einzige, wo ich gedacht hab, das kann nicht sein. Du hast das kaputt... Du hast es kaputt... Ey, ich dachte halt wirklich, weil Wind war am ziehen und so... Da ist kein High-Rise-Cologne. Gibt's nicht. Ach, f*** ich doch, man. Ich dachte halt wirklich, dass ich mit dem Kran oder sowas hochgezogen werde, dass das gleich passiert, dass ich halt irgendwie was mache. Weil Markus war ja heute mit dem Stunttypen da und ich dachte, die hätte mit dem connected irgendwie und das hat wirklich was passiert. Weil ich dachte so, okay, Stunt, das ist Action-Konzept, hört. Boah, das kommt nicht hin, aber vielleicht haben die hier irgendwo was, gehen hier irgendwie. Ja, danke für dieses wunderbare Video. Kannst du mir Spritgeil geben, weil ich will. Halt's Maul. Daumen hoch, haut da rein, schau bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, haut da rein.